Das mit der Realität ist ganz einfach. Das ist deine Realität. Und das bist du. Ein winziger kleiner Punkt mitten in deiner Realität. Und alles, was du sehen kannst, sogar alles, was du sehen könntest, wenn du dich umdrehst, wenn du dich umschaust, alles, was im Bereich deiner Möglichkeiten liegt, all das ist deine Realität. Und andere gibt es natürlich auch. Andere Leute, so wie du, winzige Punkte inmitten ihrer eigenen Realität. Wenn man Glück hat, dann überschneidet sich die eigene Realität mit denen von anderen. Und man hat Freunde. Oder Bekannte. Oder man liebt sich. Es gibt kleine Gemeinschaften. Und die kleinen Gemeinschaften organisieren sich in Größeren. Und große Gemeinschaften organisieren sich in Gesellschaften. Und jede Gesellschaft bildet wieder ihre eigene Realität. Also alles, was innerhalb einer Gesellschaft wahrgenommen und erreicht werden kann. Ach ja, und es gibt natürlich viele Gesellschaften. Viele Realitäten. Vielleicht sogar unendlich viele. Viele Realitäten. Viele Realitäten. Viele Realitäten. Viele Realitäten.